Drei, sechs, zwei im Sinn. Nein. Ihr seht ein wenig verstört aus, Kleine. Bereitet es euch keine Sorgen, dass wir hier sind? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Meine Geldbörse folgt Marjolaine. Sie hat einen Blick für Geld. Aber wenn wir geschnappt werden... Wenn ihr geschnappt werdet. Ich weiß nie, was ihr so treibt. Und genau so mag ich es auch. Zeigt mir einfach, was ihr auftreiben konntet. Ich weiß nicht, was ihr habt, was ihr habt? Ich weiß nicht, was ihr habt, was ihr habt? Bist du etwa mit Kochen an der Reihe? Ich muss einfach irgendwas tun. Das Anwesen des Arls und diese Soldaten? Die Templer sollten die Magier in Ruhe lassen und lieber Jagd auf Leute wie Marjolaine machen. Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung. Irgendwie. Wir sollten einfach untertauchen, anstatt abzuwarten, bis wir geliefert sind. Du willst nicht zurück nach Olay? Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Ich muss mit Marjolaine darüber reden. Und zwar schnell. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen. Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val Royo war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. Ich werde es tun. Meine Sorge war also berechtigt. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals in Frage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere. Wenn das olesianische Militärsiegel sind, ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen. Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Ach, geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Du hast uns damit überrumpelt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich es dir ausgeredet. In Orlais warst du nie so zögerlich. Vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der Straße geholt. Marjolaine, bitte. Du lässt mir keine Wahl. Wir werden es rückgängig machen, nur für den Fall, dass irgendjemand es herausfinden könnte. Das wird nicht einfach. Vergiss nicht, dass du darum gebeten hast. Du weißt, dass es das Richtige ist. Wie du meinst, ich werde eine Weile brauchen. Bist du bereit? Das wird kein Kinderspiel. Ich weiß. Wir gehen zurück, sobald es wieder dunkel ist. Sie werden nicht mit einem zweiten Einbruch in so kurzer Zeit rechnen. Wir könnten, wir könnten behaupten, wir seien von Anfang an hier gewesen, um die Papiere zu stehlen. Für Orlais. Ich habe nicht vor, in eine Lage zu kommen, in der ich überhaupt jemandem etwas erzählen muss. Wollen wir gehen? Ich werde ruhiger schlafen, wenn das alles hinter uns liegt. Alles wird gut. Ich verspreche es. Du hattest recht, der Weg war frei. Vielleicht haben wir ja schon alles gestohlen, was es wert war, bewacht zu werden. Hm. Da wären wir. Lass uns deine kostbaren Papiere holen und dann von hier verschwinden. Na toll. Vielleicht hättest du ja etwas schwungvoller über die Mauer klettern sollen. Ich lenke so viele ab, wie ich kann. Lauf! Siehst du? Siehst du? Ich schätze, wir nehmen wohl den anderen Weg. Siehst du? Das war's für heute. Wenn du unbedingt nach Wirtssachen suchen willst, solltest du dich beeilen. Ich werde es tun. Was ist das denn? Die armen Dinger. Eine Nack wäre selbst für einen Mabari eine gewaltige Mahlzeit. Ich habe keine Ahnung, was für Bestien sie hier halten. Und ich will es auch nicht wissen. Ich werde es auch nicht mehr auf dem Weg gehen. Ich werde es auch nicht mehr auf dem Weg gehen, weil ich nicht mehr auf dem Weg gehen kann. Das war's für heute. Das war's für heute.